Entschieden ist Gustav Landauers Kritik am Militarismus und Krieg. Das ist ja gegen Krieg zu handeln und gegen Kriege zu sein. Antimilitarist, Antimilitaristin zu sein, ist ja gewissermaßen sogar ein Essential der neuzeitlichen anarchistischen Bewegung seit dem 19. Jahrhundert. Und von da hinein kann man sagen, ist nicht nur Gustav Landauers, sondern im Grunde jeder Anarchist, jede Anarchistin sind entschiedene Kriegsgegner. Der Antimilitarismus im Verständnis Gustav Landauers bezieht sich nicht allein auf die Kriegsverhinderung, sondern darauf, militärische Einrichtungen ein für allemal abzuschaffen, etwa die Rüstungsindustrie, aber auch das Bewusstsein für das militaristische Bewusstsein innerhalb der Bevölkerung abzubauen. Man könnte heute auch sagen, zum Beispiel auch gegen Kriegsspielzeug zu propagieren und vorzugehen. Auch das hätte sicherlich seine Zustimmung gefunden. Also es geht darum, Militarismus in allen seinen gesellschaftlichen Ausformungen abzuschaffen und sämtliche militaristischen, militärischen Auswüchse der Gesellschaft bis hin in das Bewusstsein hinein ein für allemal abzuschaffen. Landauer selbst hat seit 1905 die konkreten Kriegsvorbereitungen des deutschen Militarismus, Kaiser Wilhelm II. mit Besorgnis registriert. Und zwar seit 1905 könnte man fragen, warum. Das hängt im Zusammenhang mit der ersten Marokko-Krise, als Kaiser Wilhelm II. sehr forsch nach Marokko gefahren ist und dort sehr forsch die deutschen Wirtschaftsinteressen formuliert hat. Seit 1907 finden wir, oder ab 1907 finden wir den ersten Artikel, den ersten antimilitaristischen Artikel Gustav Landauers unter dem Titel Abrüstung. Und seit 1909 finden sich dann ganz konkrete, kontinuierliche Überlegungen, was man gegen die konkreten Kriegsvorbereitungen machen kann, wie man den kommenden Krieg verhindern kann. Es gab ja derzeit zwei große Kriegsschauplätze. Einmal erwähnt bereits Marokko, das zweite aber auch im Balkan. Seit der zweiten Marokko-Krise im Sommer 1911 intensiviert dann Landauer noch einmal seine Beschäftigung mit den Ursachen des Krieges. Er spricht im gleichen Jahr wiederholt, auch vor mehreren hundert Menschen, über die Möglichkeiten, beispielsweise über Massenstreiks, bevorstehende kriegerische Auseinandersetzungen zu verhindern. In diesem Jahr, im gleichen Jahr 1911, erscheint auch seine bedeutende Schrift die Abschaffung des Krieges durch die Selbstbestimmung des Volkes, in einer Auflage von 100.000 Exemplaren, deren Auslieferung bis auf wenige Exemplare allerdings staatlicherseits verhindert wurde und die Schrift dann auch verboten wurde. Diese Schrift habe ich im Band 4, Nation, Krieg und Revolution, entsprechend abgedruckt. Als dann der Krieg begann, gehörte, wie ich bereits erwähnte, Landauer mit seiner Lebensgefährtin Hedwig Lachmann auch in seinem unmittelbaren Bekanntenkreis zunächst zu den wenigen, die ihre antimilitaristische Position bewahrten, die also nicht umkippten. Das finden wir ja etwa, zumindest am Anfang, bei Martin Buber aus Gründen, die mit der jüdischen Community zu tun haben. Wir finden das ganz am Anfang sogar auch bei Erich Müser. Also man kann sehen, wie diese patriotische Stimmung selbst in anarchistische Kreise, in libertäre Kreise, in ansonsten kritisch denkende Kreise hineingewirkt hat. Das gilt aber für Landauer und Hedwig Lachmann nicht. Sie fordern sofort auf gegenseitige Hilfe und Solidarität. Sie bemühen sich, sogenannte offene Tafeln in den Gemeinden zu begründen, fordern auch dazu auf und fordern wieder auf, sogenannte Konsumgenossenschaften zu gründen, damit die Bevölkerung an preisgünstige Lebensmittel gelangen kann. 1915 dann wird seine programmatische Hauptschrift Aufruf zum Sozialismus verboten. Das ist ebenfalls das Jahr des Ende des Sozialist. Und im gleichen Jahr nimmt dann Landauer Kontakt zu pazifistisch-expressionistischen Kreisen auf, auch in der Schweiz, etwa nach Zürich. Er lernt dort René Schickele und Ludwig Rubiner kennen. Weitere Kontakte zu kriegsablehnenden Kreisen betrafen etwa die Freistudenten, vor allen Dingen um den Medizinstudenten Ernst Juel, der sogenannte Aufbruchkreis ist hier zu nennen. Und Juel gab ja auch eine Zeitschrift, der Aufbruch heraus. Aufgrund dieser kriegsverhindernden oder kriegsverhindernden Position Ernst Juel auf seiner Artikel in dieser Zeitschrift wird er von der Berliner Universität religiert. Das hat zur Folge, dass Landauer eine Petition verfasst, die von 80 namhaften Persönlichkeiten Deutschlands unterschrieben wird. Von den Manns, von Fritz Mautner, von Martin Bober, auch von Kurt Eisner. Da rührt offensichtlich der erste direkte Kontakt mit Eisners her. Landauer hat, das muss man erwähnen, während des gesamten Ersten Weltkriegs sich nicht zurückgezogen, nicht resigniert, sondern hat in verschiedensten Initiativen, beispielsweise in der Deutschen Friedensgesellschaft, im Bund Neues Vaterland, in der Zentralstelle Völkerrecht mitgewirkt. Er hat dann ja auch bei den, im Siedlungsheim Berlin-Charlottenburg um Ernst Juel mitgewirkt. Er hat im jüdischen Volksheim um Siegfried Lehmann mitgewirkt. Also er hat versucht, selbst in der Hochphase des Krieges gegen den Krieg vorzugehen. Grundsätzlich muss man sagen, dass Landauers konsequenter Antimilitarismus immer eingebunden ist in seine Konzeption eines kommunitären Anarchismus. Das heißt, seine konkreten Gedanken, wie Menschen sich bereits hier und jetzt organisieren können, um andere soziale Arrangements im Verhältnis zueinander zu entwickeln, beinhaltet immer auch den Blick in die gesamte Gesellschaft hinein, deswegen auch seinen Antimilitarismus, den er sich bewahrt. Vor allen Dingen ist es immer ein Blick in die Gesellschaft, in die Welt hinein. Seine Perspektive ist nie reduziert für 100 Menschen oder 1000 Menschen, sondern er denkt immer an die Befreiung der gesamten Menschheit. Das ist ganz zentral. Und darin ist ein wesentlicher Bestandteil eben sein konsequenter Antimilitarismus.